Wir gehen hinauf nach Jerusalem. Passionsandachten der Offensive junger Christen, OJC 2024. Sie hören einen Impuls von Bernhard Frassiné zu Markus 15, die Verse 16 bis 23. Auf dem Weg ans Kreuz. Die Soldaten aber führten ihn hinein in den Palast, das ist ins Praetorium, und riefen die ganze Kohorte zusammen und zogen ihm einen Purpurmantel an und flochten eine Dornenkrone und setzten sie ihm auf und fingen an, ihn zu grüßen. Gegrüßet seist du, der Judenkönig. Und sie schlugen ihn mit einem Rohr auf das Haupt und spiehen ihn an und fielen auf die Knie und huldigten ihm. Und als sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den Purpurmantel aus und zogen ihm seine Kleider an. Und sie führten ihn hinaus, dass sie ihn kreuzigten. Und zwangen einen, der vorüberging, Simon von Kyrene, der vom Feld kam, den Vater des Alexander und des Rufus, dass er ihm das Kreuz trage. Und sie brachten ihn zu der Stätte Golgatha, das heißt übersetzt Schädelstätte. Und sie gaben ihm Mürre, im Wein zu trinken, aber er nahm's nicht. Heute ist es ein eigenartiger Textabschnitt. Vorbei sind der Verrat, das Verhör bei dem Hohen Priestern, das keine übereinstimmende Zeugenaussagen brachte, die Verhandlung mit dem Stadthalter Pilatus. Pilatus gibt auf Drängen der aufgewiegelten Menge den Barabbas frei und lässt Jesus zur Kreuzigung abführen. Nun nimmt die Abwicklung des Urteils ihren Lauf. Römische Soldaten, nicht die Juden, werden aktiv. Der innerjüdische Streit mit dem, der von sich gesagt hat, er ist der Sohn des Hochgelobten, ist ihnen völlig fremd. Sie haben andere Sorgen. Solche, die sich um Essen und Trinken, Liebe und wie man sich in der Gruppe behaupten kann, drehen. Also könnten sie ganz einfach, militärisch-sachlich, das Urteil vorziehen. Aber nein, es wird noch ein übles Schauspiel inszeniert. Jesus wird ein roter Mandel umgelegt, eine Krone, die Dornenkrone aufgesetzt. Die Soldaten erweisen ihm ihre Referenz. Diese Ehrerbietung ist aber der reine Hohn. Schläge werden ausgeteilt und Spucken muss natürlich auch noch sein. Die Soldaten scheinen sich an Gehässigkeit zu überbieten. So handeln die eigentlich Unbeteiligten. Aber was treibt sie an? Ist es der Frust? Sind es die blankliegenden Nerven der Soldaten, die es in diese Krisenregion verschlagen hat? Die ständige Inalarmbereitschaft sind, weil irgendwo in der Provinz wieder mal eine Revolte ist? Oder ist es eine Selbstbestätigung durch Machtausübung und sei es auch nur durch Spott und rohe Gewalt? Dieses Nachtreten macht richtig Spaß, ist doch echt geil. Und wir? Sind wir besser oder ist da auch so ein bisschen Kriegsknecht in uns drin? Wir fallen auf populistische Manipulationen der Mächtigen rein. Wir lassen uns verleiten, die anderen zu verachten, sie zu beschimpfen, ihnen unflätige Namen zu geben, ihnen fiese Storris anzudichten und das alles im großen Rahmen der sozialen Netze. Wir sind dabei, wenn die anderen fertig gemacht werden. Selbstverständlich alles zivilisiert und genau abgestimmt. Haben wir jemals ernsthaft mit dem Anderen geredet? Ihm zugehört? Geprüft, ob das, was alle sagen, der Wahrheit entspricht? Dies kann sowohl auf der großen politischen Spühne geschehen, aber auch im Bekanntenkreis, in der Schule, am Arbeitsplatz, im Verein. und das ist ein Charakter- und Schleidern. Ach, wie geht's mit dem Leitern? Vielen Dank.